Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrrecht, lebe in Berlin und ich möchte mich heute mal äußern zum Thema Meinungsfreiheit versus Beleidigung. Ich habe dafür eine schöne Seite gefunden der Rechtsanwälte SBS Legal und möchte daraus etwas zitieren. Also ich gebe jetzt einfach mal den Überblick über diese Seite. Da geht es also darum, wie das Bundesverfassungsgericht zu dem Thema steht und es wird beschrieben, in welchen Fällen Äußerungen, die vielleicht andere Leute beleidigen, strafbar sind. Es gibt hier Abwägungskriterien, woran ist es zu bemessen? Ist es jetzt eine emotionale Entgleisung zum Beispiel im nichtöffentlichen Bereich oder ist es eine überlegte, geplante, die Ehre schmählernde Äußerung in sozialen Netzwerken? Ja, gegen wen geht es hier? Geht es gegen jemanden persönlich oder geht es gegen einen Amtsträger? Das alles ist mit zu berücksichtigen. Ist es eine Schmähkritik? Ist es eine Formalbeleidigung? Ist es eine Verletzung der Menschenwürde? All dieses hat in einem entsprechenden Urteil zu stehen, wie der Richter das eben einschätzt, dieses Ereignis, was da stattgefunden haben soll, welches natürlich belegt werden muss. Und ja, das möchte man dann ja auch wissen, wie die Öffentlichkeit bestimmte Vorfälle zu sehen hat. Ich führe das hier nicht im Detail aus, sondern verweise jetzt einfach nur auf die Webseite von SBS Legal und möchte mich jetzt auf vier Beispielszenarien stürzen, die ich einfach mal vorlesen werde, weil das ist von dieser Seite sicherlich für die meisten am ehesten verständlich. Amtsträgerverhalten durfte als hinterhältig, amtsmissbräuchlich und asozial bezeichnet werden. In einem Fall vor dem Bundesverfassungsgericht hatte der Beschwerdeführer, in diesem Fall ein Rechtsanwalt, nach einem Erlaubnisverfahren für einen Tierschutzverein eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den zuständigen Abteilungsleiter eingelegt. Der Beschwerdeführer schrieb darin wie folgt, dessen Verhalten sehen wir mittlerweile nur noch als offenbar persönlich, bösartig, hinterhältig, amtsmissbräuchlich und insgesamt asozial uns gegenüber an. Im Anschluss folgte eine Verurteilung wegen Beleidigung. Diese stufte das Bundesverfassungsgericht nun als verfassungswidrig ein. Es handele sich um eine persönlich formulierte Erkränkung in Anknüpfung und unter Bezug auf eine fortdauernde Auseinandersetzung mit einem sachlichen Kern, sodass eine Abwägung erforderlich gewesen wäre. Eine solche Abwägung hatte allerdings im vorliegenden Fall nicht stattgefunden. Also diese Abwägung der Interessen desjenigen, der diese Formulierung hier getätigt hat und der Ehre desjenigen, der sich da gekränkt fühlt. Diese Abwägung hat in so einem Gerichtsverfahren stattzufinden. Zweites Beispiel. NRW-Finanzminister durfte als Rote Null bezeichnet werden. In einem zweiten Fall verhielt sich das Bundesverfassungsgericht ähnlich entschieden. Der Beschwerdeführer hatte im Rahmen eines Steuerverfahrens ein Schreiben an die Finanzbehörde gerichtet. Er meinte, dass eine Dienstaufsichtsbeschwerde wohl sinnlos erscheine. Solange in Düsseldorf eine Rote Null als Genosse Finanzministerdarsteller dilettiert, werde seitens des Fiskus die Grundrechte und Rechte der Bürger bestenfalls als unverbindliche Empfehlungen, normalerweise aber als Redaktionsirrtum des Gesetzgebers behandelt. Auch hier entschied das Bundesverfassungsgericht, wie im vorherigen Fall, dass eine Verurteilung wegen Beleidigung verfassungswidrig sei. Sie ließen keine hinreichende Auseinandersetzung mit der konkreten Situation, in der die Äußerung gefallen sei, erkennen und zeigten nicht auf, weshalb das Interesse an einem Schutz des Persönlichkeitsrechts des damaligen nordrhein-westfälischen Finanzministers Norbert Walter-Borjans die erheblichen für die Zulässigkeit der Äußerung sprechenden Gesichtspunkte überwiege. Tja, also Politiker müssen schon etwas einstecken können. Richter dürfen nicht als asoziale Justizverbrecher und Provinzverbrecher bezeichnet werden. So viel zu den Entscheidungen gegen das Vorliegen einer Beleidigung. Aber das Bundesverfassungsgericht hat auch ganz anders entschieden. In einem Fall, in dem sich der Beschwerdeführer von seiner Partnerin getrennt hatte und sich bezüglich einiger Umgangsfragen gestritten hatte, bestätigte das Bundesverfassungsgericht die Verurteilung wegen Beleidigung. In seinem Internetblog hatte der Beschwerdeführer mitunter verfahrensbeteiligte Richter namentlich genannt, Fotos von ihnen ins Netz gestellt und sie unter anderem mehrfach als asoziale Justizverbrecher, Provinzverbrecher und Kindesentfremder bezeichnet, die Drahtzieher einer Vertuschung von Verbrechen im Amt seien. Zwar handelt es sich hier konkret noch nicht um Schmähkritik, laut den Richtern, allerdings überwiege deutlich das Persönlichkeitsrecht der Betroffenen. Maßgeblich sei die hartnäckige und anprangernde Form der Äußerungen, die die berufliche Integrität der betroffenen Richter grundsätzlich infrage stellten und gegenüber einer unbestimmten Vielzahl von Personen in einem der allgemeinen Öffentlichkeit zugänglichen Internetblog verbreitet worden seien. Mit dieser Argumentation wird klar verdeutlicht, dass die vorher bereits genannten Kriterien eine Untersuchung umfangreich vom Bundesverfassungsgericht angewandt werden und ihren Platz in der Argumentation haben. Also hier ist wirklich der Punkt, hier wird auf den Personen herumgeritten. Und zwar richtig fies mit Bild und hartnäckig und wiederholt. Und deswegen hat es dann hier nicht gereicht für eine freie Meinungsäußerung. Ein Fall kommt noch, Rechtsamtsleiterin als geisteskrank bezeichnet. Aber auch in dem Fall, in dem der Beschwerdeführer mit einer Stadtbibliothek gestritten hatte und daraufhin in der Klageschrift geäußert hatte, dass er sich unter Berücksichtigung, dass die Leiterin des Rechtsamtes involviert sei, eine in stabiler und persönlichkeitsgebundener Bereitschaft zur Begehung von erheblichen Straftaten befindlichen Persönlichkeit, deren geistig-seelische Absonderlichkeiten und ein Gutachten, zu deren Geisteskrankheit Gegenstand von gerichtlichen Auseinandersetzungen sind, Vorbehalte, ein Ordnungsgeld in angemessener Höhe zu beantragen. Hintergrund war eine Strafanzage, die die Leiterin des Rechtsamtes gegen den Beschwerdeführer in einer anderen Angelegenheit gestellt hatte. Das Bundesverfassungsgericht stimmt hier mit dem Landgericht überein und bejaht das Vorliegen einer Beleidigung. Das Landgericht habe maßgeblich auf den erheblich erschmälenden Gehalt der Äußerung und den nur schwach ausgeprägten Sachbezug abstellen dürfen. Okay, also liebe Leute, wenn ihr also Äußerungen macht bezüglich von Dingen, die euch nicht gefallen, dann besteht zum Beispiel mal die Möglichkeit, konkrete Personen aus dem Spiel zu lassen, schon liegt keine Beleidigung mehr vor, würde ich meinen. So, dann kommt es noch hinzu, dass so etwas auch einen Sachbezug haben muss. Das heißt, wenn jemand ausflippt, weil er emotional gerade mal ausrastet, dann braucht das ganze Ding auch irgendwie noch einen Sachbezug. Das heißt, es muss konkret um etwas gehen, was ihn tatsächlich massiv geärgert hat. Tja, und wenn das vorliegt, dann handelt es sich um eine Meinungsäußerung, die wahrscheinlich nicht strafrechtlich belangt werden kann. folgere ich aus diesen Ausführungen. Das ist natürlich alles immer ein bisschen weich, diese ganzen Gesetze, aber ich finde diesen Beitrag hier schon mal ganz schön. Lohns wird zum Lesen und empfehle ihn dann hiermit. Viel Spaß dabei beim Lesen. Vielen Dank.